Deine Mutter schubst Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Deine Mutter hat eine Glatze und ist die stärkste im Knast. Wenn deine Mutter furzt, klatschen die Stinktiere bei Fall. Deine Mutter läuft bei Super Mario nach links. Google Earth hat angerufen, deine Mutter steht im Weg. Wenn der Geier ausstirbt, ist deine Mutter der hässlichste Vogel.